Was ist das für ein scheiß Lied, ey? Wer hat das erfunden? Ich will das nicht, Radio. Hier. Ich muss Kassetten berücken, ey. Oh, tschuldigung. Keine Kopie. Also, liebe Sorgenfresser, mal gucken, ob das was wird. Aber das will nicht rein, wie du sehen kannst. Also, mit kleinen Unterbrechungen bis... Das ist mein Mixtap für euer Sorgenfresser. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich vermiss dich so sehr. Hörst du meine Stimmen, wie ich flöschte? Weil du bist mir wichtig geworden in all den letzten Jahren. Ähm, Mont... Tagen. Noch hab ich dich nicht so lang gehabt. I'll be missin' you. I'll be missin' you. Äh, ich vermiss dich grad in diesem Moment. Ich vermiss dich grad in diesem Moment. Ich benutze sogar mein Nuckelgerät, damit ich ein Mikrofon für dich erschaffen kann. Damit du mich da draußen hörst, erhörst. Und deswegen, liebe Sorgenfresser, WMD. Bitte melden dich zurück und ich geb dir ein... Ey, ihr müsst es rausschneiden. Ich will nicht, dass sie das sieht, dass ich daran rieche, ey. Ich hab versprochen. Ich werd dir einen Namen geben und den Ehren und in allen Ewigkeiten werd ich für dich da sein. Und wenn du zurückkommst, dann kriegen die Personen... Ich weiß noch nicht, wie ich das auftreiben soll, aber die kriegen 500 Euro Cash. Verstehst du das? Wenn du zurückkommst, kriegst du 500 Euro Cash. Und jetzt wein' ich wirklich. Und warum wein' ich? Weil ich diesen 500 Euro noch nicht aufgetrieben hab. So wichtig bist du mir. Also, bitte, liebe Sorgenfresser, ich überleg mir bis dahin einen Namen. Komm zurück, gell? TJ sagt mal, hast du vielleicht meinen Sorgenfresser gesehen? Der ist letztens einfach... Der ist letztens einfach... Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Riechen, ziehen, riechen, ziehen. Der ist einfach abgehauen letztens, weißt du? Ich hab den nicht mal an der Tür irgendwie festhalten können. Weil der hat schon drei, fünf Mal versucht. Vielleicht acht Mal. Meldest du dich bitte, gell? Ich hab schon Anzeigen geschaltet. 500 Euro Cash auf Hand. Die ich noch nicht hab, aber wenn der dann auftaucht, dann überleg ich mir was. Ja, okay. Tschüss, TJ. Sorgenfresser, Sorgenfresser, wo bist du geblieben? Sorgenfresser, Sorgenfresser, ich hab's noch nicht drauf, aber... Sorgenfresser, kommst du zurück, damit ich mich nicht noch mehr blamieren muss. Und dann erzähl ich dir meinen Sorgen wieder, weil... Deswegen heißt du ja auch Sorgenfresser. Damit du zurückkommen kannst und mir allen Sorgen an dir anhören kannst. Bitte kommen Sie endlich zurück. Herr Sorgenfresser, Frau Divers. Sorgenfresser... Jetzt komm ich auch hier voll durcheinander, ey. Das ist kein Material zum Hochladen, wie du siehst, ey. Komm zurück, sonst bring ich dich um, ey. Und dann bring ich dich um, ey.